Hi, heute möchte ich euch mal die Gummis von 13 Fishing vorstellen, die wir neu im Shop haben. Wir haben viele verschiedene, die sind jetzt recht neu auf dem Markt. Wir hätten einmal den Churro, gibt es in verschiedenen Größen und in verschiedenen Farben, ist ein relativ dicker Körper mit einem relativ großen Paddel. Kann man ganz normal am Jighaken fischen oder auch wie hier am Offset Haken, kann man sehr schön mit dem Offset Haken im Kraut fischen im Sommer. Diese beiden fische ich auch teilweise sehr gerne vertikal unterm Boot. Ich hatte vor ein paar Tagen mit Kumpel Basti noch eine wunderschöne Tour, kann ich euch nachher mal ein paar Bilder mit einblenden. Klappt auf jeden Fall, kann man wunderbar fischen. Dann gäbe es dann noch den Pleasure Shad, hier in einer meiner Lieblingsfarben fürs Angeln bei Nacht. Auch da kann ich gleich mal ein paar schöne Bilder mit reinpacken. Hat einen sehr ausladenden Lauf, hat auch eine relativ interessante Schwanzform, die man so nicht ganz so oft sieht. Haben wir auch in verschiedenen Farben im Shop. Dann hätten wir noch den My Name ist Jeff. Hat einen sehr hochfrequenten Lauf, hat einen ganz ganz kleinen Tellerschwanz hinten, aber macht sehr hektische Bewegungen unter Wasser. Habe ich auch direkt bei den ersten Versuchen sofort einen Thunder mitgekriegt. Probiert es so ruhig mal aus. Ist auf jeden Fall mal was anderes. Ist von der Form nicht unbedingt der Standard Gummifisch, den man überall sieht. Sind super fängig. Wir haben einige für euch im Shop. Wenn ihr was fangt, schickt uns gerne mal ein Fangbild. Da freuen wir uns immer drüber. Ich wünsche euch viel Spaß damit am Wasser. Bis zum nächsten Mal. Ciao.